Die 110 Mitarbeiter der Firma Dystar in Brunsbüttel sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Nach Informationen der NDR 1 Welle Nord ist der neue Eigentümer, der indische Konzern Kiri, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Möglicherweise könne der Investor seiner vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommen, den Dystar-Standort in Brunsbüttel mindestens zwei Jahre zu erhalten. Kiri hatte den insolventen Farbenhersteller erst im Februar übernommen. Am Montag will der Betriebsrat die Mitarbeiter informieren. Die 90 Mitarbeiter der Firma Dystar in Brunsbüttel